so als erstes werde ich jetzt es ist gerade tag bienen suchen erstmal bienen suchen nee kann ich nicht ich habe keinen silktouch ich mache die mauer weiter ich habe ja gar keinen silktouch da war ja was bist du für ein gockel wie viel schwein kann man haben bitteschön holy shit mehr schwein als verstand habe ich heute das ist eine wohltat ist das eine wohltat ja klar mit fortune kommt es raus das hätte mir klar sein müssen ist doch jetzt ein schlechter scherz oder ich nehme es jetzt einfach in kauf so Das war. Schön, wie es hier aussieht gerade. So, Holzhammer erst mal ein bisschen was. Ne, das kann ja bleiben. Aber das Ding hier muss weg. Ne, ich hab keinen Dreck mehr. Lol. Ah, shit. Wie mache ich denn das jetzt? Wie machen wir das, was die Mauer stylisch aussieht? Ich brauche tatsächlich noch ein Dingsbums Table. Oder zwei. So, so. Ich hätte gerne die anderen Dinger hier, die Fences, da. Ich brauche davon welche. Okay. So. So, Sneak an Egg. 5, 6, 7. So, oh, oh. So. Oh, okay. Das macht es mir gleich noch einfacher, wenn man hier 3 machen kann. Und da fehlen mir schon die Loks. Nice. Boah, ich dachte hier kam kurz so groß an. Du, du, du. Gut. Ja, auf der Seite habe ich es auch. Hey, da kommen meine Freunde, yeah. Ja. Ja. Du, du, du. Du, 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 du. Du, du. Okay, hier muss ich mir auf jeden Fall noch was einfallen lassen. Ach komm. Was habe ich denn alles drauf? Nur Scharpens 1, okay. Du, 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 du. Du, du, du. Du, du, du. Du, du, du. Düt 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 Ja, da hab ich schon gesetzt, gut Na komm, wir testen's mal Oh, der blubbert Wow Yo Willst du mich verkackt, ey man He Ich wusste's Wow 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 Das kann noch jetzt net wahr sein Hey, das sieht so kacke aus Wow 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 To me Wow 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 Ich bin der Worte. Ich bin der Worte. Das ist ein Wettbewerb, das ist ein Wettbewerb. I I I Ja Hatten wir hier gedroppt Granate Okay Na ja dann kommt die dort mit rein Köpfe kommen dort rein Genauso wie das Das Money Zeug Kommt dahin Der Kommt dahin das Kommt dahin So Weiter geht's habe ich dieses Ich habe das Teil nicht mitgenommen was ich mitnehmen wollte Das hier So lässt sich doch ganz einfach das Holz farmen Hö Aber Aber wie einfach Das ist immer echt easy Wie Du 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 Ja So kann es weiter gehen würde ich sagen Auch wenn sie Jetzt so broke ist Äh ich brauche Eisen zum reparieren Aber dann können wir gleich mal hier unten Den Schönheitsfehler ausbessern So Hier Gut Du 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 Eisen Eisen, 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 Eisen ÄH Pflanzenzeug wieder da rein. Hat ich ernsthaft Eisen die ganze Zeit im Gepäck? Lol. Okay. Sticks brauche ich erst einmal keine. So. Das geht natürlich nicht dort. Aber das. Äh. In dem da. So. Ja. Good! Ah, datada, datada. Ha, muss der echt schnell sein. Au. Okay, ein bisschen falsch haben, weil ich gleich tatsächlich in Kauf nähen muss. Ich werde auch immer alles weg haben. Äh, erst mal das da. Das da. Du, 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 du. So. So. Ach, Mann. Was das auch eine Begrenzung hat, das Weinmeiner. Das ist ein bisschen nervig. Okay. Au. 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 Schön, das ist weg. Äh. Du kannst auch erst mal weg. Du, 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 du. Na, natürlich. So. Du, 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 du. Du, 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 du. Au. So. So. Wo ist meine Base? Daughter. Die Figur 27 wird ja immer schlimmer! Es gibt Medikids, lol Das hätte man eben auch früher sagen können So, 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 genau, genau, genau So, du, ach, da oben ist immer noch dieses Ene-Ding Das muss halt auch wechseln, gefällt mir überhaupt nicht Moin, moin, Olaf Nö, ist immer so Ich habe Minecraft die Sounds allgemein immer runtergeschraubt So Und so Ich habe noch Ruhe, nice Ne, das will ich auch nicht haben Sag mal Äh, passt noch was Die Seeds können auch weg Ich höre dich Äh, die Bullets hätte ich gerne Den Kopf will ich nicht Äh, ihr könnt, oh, nö Bleibt mal schön da unten Na Natürlich Äh, da Das, die muss da noch weg Der Rest kann bleiben Ben Äh, shit Au Mann, warum gerade jetzt? Machen wir erstmal alles hier rein. Wo ist ein Gollum? Da hinten. Kann ich dich irgendwie weglocken? Komm. Oh. Er steckt fest. Das ist nice. Das ist so schön. Oh, oh. Holy shit. Das wird immer schlimmer. Ähm, da oben war noch was. Das hier. Au. Das weg. Du, 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 du. Du, du, du. Du, 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 du. Was soll ich noch das da wegkriegen? Ach, kommt. Hört doch mal auf. Ich schmecke wie altes Leder. Lass mich in Ruhe. Hört. Hört. Au. Leck mich am Arsch. Hier sind wieder meine ganzen Level weg. Ich könnte kotzen. Ja. Ich könnte kotzen. Dumm, ey. Komm, verzieh dich. Alter. Daaaah. Oh, jetzt kommt die auch noch hinterhergeschissen. Ja, was wollt ihr denn jetzt so machen? Mann, 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 ey. Der fliegt immer doch nach oben. Was? Spoof ein Hacker-Zombie. Äh, das kann bleiben. Der Baum sieht merkwürdig aus. Das war ich nicht. Wow. Boah, nö. Lass mich bloß in Ruhe, ey. Was? Ist ja gerade so ein Draug oder wie die Viecher hießen, entstanden. Nein. Ha. Hat sich zumindest angehört. Du, 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 du. D zu D zu Oder Um, 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 um. Ja, richtig schon platziert. Alter, warum setzt du automatisch immer so viel? Pflanzen gedöhnt, da rein, Bullets da rein, Mobloot da rein, normales Holz da rein, Geldsäcke da rein. Ey, warum setzt der immer so viel? Du 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 du. Oh, gott das Ding. Ne, das reicht noch nicht. Ja, das könnte reichen. Du 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 du. Du 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 So, 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 so... Ich muss die ganze Tümpel hier weg machen. Komisch, dass sie keine Elefanten mehr spawnen. Hier sehe ich schon, der muss auf jeden Fall weg. So, mal gucken wie ich dann das Tor baue. So, so... Ah, hier gehts weiter. Oh Mann, Alter. Ich bin es leid, dass ich diese Reihe zuste. Ich bin es leid. Oh, ich bin gleich rum, ey. Da muss ich nur noch die passende Höhe bringen. Nice. Nice, nice, nice. So, muss ich auch nur noch ausleuchten und dann... Boah, können sie mich mal am Arsch decken. Die ganzen Zombies. Ich muss noch ein Türchen bauen. Also zwei, drei, vier Tore tatsächlich. Hier in der Himmelsrichtung eins. Ja. Ein Gewächshaus, dazu muss ich wieder Sand farm gehen. So, aber wir sind jetzt soweit hier erstmal safe. Das heißt, ich kann jetzt erst einmal genau im Questbuch weitermachen. Das ballern wir erstmal da rein, essen da, Sticks behalten wir. Stopp mal, ich leuchte noch ganz schnell draußen aus, damit bei mir drinnen nichts spawnt. Die Base soll ja safe sein. Die möchte ja einigermaßen safe sein hier. Ja. Du, du, du. So, so, so. So, so, so. Boah, ich hab ne safe Base endlich. Nach gefühlten 5 Millionen Jahren. Mal, wie sieht Darko Zanes dort oben aus? Sieht aus wie ein Schiff. Na dann. So, ähm. Wo waren wir stehen geblieben? Auf jeden Fall nicht hier. Ich weiß, ich wollte eigentlich Questbuch weitermachen. So. Ähm. Questbuch, hier. Was haben wir denn jetzt hier abgeschlossen? Die Pflanze. Okay. Taman Elefant. Die haben alle getötet. Ups. Ernsthaft. Ach, das ist ne Knarre. Ach, das ist ne Knarre. Oh, cool. Was kommt denn da rein? Basic Bullet. Das ist ne Knarre. Oh, okay. Oh, das ist ne Knarre. Da haben wir doch ein bisschen was, würde ich sagen. Granaten, aber Maroschenehne. Ähm, jetzt haben wir hier was. Pistol. Hab ich jetzt einen Tisch bekommen? Nö. Beschuss. Ähm, hier wollte ich aber weitermachen. Ich wollte... Was wollte ich? Was wollte ich? Genau, diese... Ähm, wir machen erst mal das Windmüllteil. Ähm... Ich brauch... Windmüll. Das Ding haben wir ja schon. Ähm... Äh... Äh... Et... Great. Das war das Wasserrad. Das waren die Crusher Reels. Genau. Dazu brauch ich das hier. Dazu brauch ich das. Dazu brauch ich das. Und das Zeug haben wir alles. Ich bin ja nicht ohne Grund gefarmt. So... Geht noch was. Geht noch was. Sag mal... Ehe... So... очно... Sandpapier. Papier und Sand. Es tut mir leid, aber die Erkältung macht mir zu schaffen. Sand. Das haben wir. Das haben wir. Das haben wir. Und wie mache ich das jetzt? Was? Ah, wow. Ah, lol. Pinky Diamant nicht hieß, Mensch. Da, 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 da. Da, 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 da. Ja, kann es sich nur um Jahre handeln. Ähm... Wie ist denn das, wenn ich das so mache? Legt der langes Sandpapier einfach neu nach? Wenn ja, wäre das geil. Nee, liegt da nicht so, schade. Ja, komm. So, dann haben wir das hochgleich fertig. So, das Hammer. Ähm... Eisennucket und Redstone Torch. Krieg mal doch alles hin. Äh... Das, 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 das. Hammer. Es fehlen noch die Zahnräder. Die haben wir hier. Hier haben wir noch sowas. Oh, warum ist denn das da drin? Ähm... Der Apel gehört da nicht rein. Reicht das schon aus? Es fehlt das da. Was ist denn das? Brass. Okay. Ich muss auf jeden Fall Kupferfarben gehen. Lol. Und ein Enchantmentable. Ach, nicht Enchantment. Äh, hier. Na, genau. Ihr wisst schon. Eins, zwei, drei, vier. Das, das, das. Das, das. Dann komme ich nämlich auf den großen Tisch. So. So. Äh, das alles hier raus. Das gehört da nicht rein. Äh, das, 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 das. So, die Sticks behalten wir. Die kommen erstmal da rein. Das mache ich dann später. Ich brauche jetzt also Sand, Kupfer. Oh, Entschuldigung. Und noch eine andere Maschine. Sand, 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 Kupfer. Äh, ha, 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 ha. Ich wollte aber, ich wollte aber Windrad und so, hallo? Das ist das Wasserrad. Oh, Entschuldigung. Ich weiß. Es ist das, hallo. Ich weiß. Wow. Oh, man. Ich weiß, was das. Es scheint wohl kein, ähm, was ist ein Sitz? Es scheint wohl kein Windrad wirklich zu geben. Was ist denn das für ein Quark? Ich muss sowieso nochmal Wasserräder herstellen. Ich brauche die doppelte Produktion dort. Was ist denn das nächste jetzt in der Questreihe? Gucken wir mal so, das, dann haben wir das hier, Empty Blaze Burner. Ich brauche eine Presse. Gut, das mache ich aber nach einer kurzen Pause. Ich bin gleich wieder da. Gut, ich bin gleich wieder da. Vielen Dank.